Hallo Leute, besucht mich doch mal auf meiner neuen Webseite www.frankstoner.tv. Dort warten noch viel mehr Folgen von Stoner, Frank und Frey. Und jetzt viel Spaß bei der Sendung. Hallo Leute, willkommen bei einer weiteren Ausgabe zu Stoner, Frank und Frey hier bei NuViso. Endlich wieder im Studio, freut mich so richtig. Und bevor wir ins Thema gehen, möchte ich mich erstmal hier bedanken. Ich habe ein Geschenk bekommen. Ein Zuschauer von uns aus der Schweiz hat mir geschrieben und mir auch was geschenkt. Das war der Viktor von Mensch Music. Und Viktor schreibt, lieber Frank, Anbei, ein kleines Dankeschön für deine tollen Beiträge, die ich soeben entdeckte. In Klammer mit der Laurel Canyon Geschichte. Und mich schmunzeln, zinnieren lassen. Und dann schreibt er da hier richtig viel. Das ist richtig viel. Ich lese euch das nicht alles vor. Zum einen, weil es auch sehr viel Persönliches ist. Also wirklich Dinge, die er mir schreibt. Und sehr, sehr spannende Sachen. Also hier Viktor ist selber Musiker, lebenslanger Musiker. Und nicht nur Musiker, sondern jemand, der auch diese Kraft von Musik, die Kraft von Tönen, das sich auch zur Lebensaufgabe macht, dem so ein bisschen hinterher zu gehen. Und wirklich sehr interessant, was du hier schreibst, Viktor. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und zusätzlich hat er mir noch ein paar CDs auch geschenkt. Von seinen eigenen Sachen, also seinen Lebenswerks aus den diversen Jahrzehnten. Und ich habe mal nicht alle mitgebracht, aber wenigstens eine möchte ich hier ins Bild halten. Das ist, glaube ich, mit so sein neuestes Ding, wobei es ein Release ist, streng genommen. Aber hier halt neu gemacht in 100% Hanf, schreibt er hier die Verpackung. 100% Hanf. Hier auch noch mit einer kleinen Signatur auf der CD. Hey, hot damn. Freut mich sehr. Vielen Dank, Viktor. Und ja, mein Dank an dieser Stelle, an dich und auch an alle anderen Leute, die uns, die auch meine Arbeit unterstützen. Das ist wichtig. Und es kommt an. Und ich weiß, es ist manchmal so, dass vielleicht auch eine Schwäche meinerseits, dass man da nicht immer gleich drauf eingeht und so weiter. Aber die Dinge kommen an bei uns und wir freuen uns. Ich freue mich auch über alle Kommentare, die geschrieben werden. Und tatsächlich ist es so, in letzter Zeit, das muss ich ganz ehrlich gestehen, ich bin wirklich sehr berührt, zum Teil überwältigt, wie viele Leute doch diese Themen auch irgendwie interessant finden, über die wir hier sprechen. Und das bewegt mich sehr. Und ich freue mich sehr über die Kommentare, über diese lebhaften Diskussionen. Ist auch klar, manche Themen, über die wir sprechen, sind sehr kontrovers. Man kann die auch durchaus unterschiedlich betrachten. Und einfach an dieser Stelle meinen Dank an all die Leute da draußen, die unsere Arbeit unterstützen. Sei es wirklich durch Spenden, was wir auch brauchen, oder sei es auch einfach nur durch diese Resonanz, die hier zurückkommt. Also über Kommentare, aber auch eben über hier so kleine Präsente. Freut mich sehr. Vielen Dank. Das motiviert wirklich. Jo, kommen wir zum Thema heute. Unser Thema heute ist dieser Gentleman, Martin Luther. Es ist ja jetzt in aller Munde. Wir haben das große Lutherjahr 2017, 1517 war dieser legendäre Anschlag der 95 Thesen. Und das ist das Jahr der Reformation, das ist das Jahr von Martin Luther. Und ja, es ist nicht mal nur das Jahr von Martin Luther, denn man spricht ja von einer ganzen Luther-Dekade. Man hat, es reicht nicht nur ein Er-Jahr für Luther sein, man hat es gleich zehn Jahre gemacht. Wir sind jetzt tatsächlich im letzten Jahr der Luther-Dekade, die geprägt war von allen möglichen Veranstaltungen von Martin Luther. Es ist tatsächlich so, ich schätze mal, wenn du heute die Deutschen fragen würdest, wer ist der größte Deutsche, der größte, den das Land je hervorgebracht hatte. Ich schätze mal, dass Martin Luther ganz oben mit dabei wäre. Und überall sind Ehrungen, es gibt überall neue Martin Luther, es gibt Schulen, Plätze, Straßen, werden nach ihm benannt, Veranstaltungen laufen. Es gibt auch jede Menge Merchandise, hier zum Beispiel Martin Luther als Playmobil. Den Kindern hat es schon gezeigt, der gute Martin. Und aus meiner Sicht ist Martin Luther aber eine sehr kritische Person. Und in dem, was ich euch heute erzähle, das kann ich euch schon vorwegnehmen, wird Martin Luther nicht so gut wegkommen. Und auch da, es ist wieder ein kontroverses Thema, man kann in die und die Richtungen argumentieren. Aber ich möchte das auch so ein bisschen als, kann man sagen, korrektiv oder eine Art Ausgleich verstanden wissen, zu dieser aus meiner Sicht größtenteils sehr unreflektierten Behandlungen oder Ansichten, die man über Martin Luther hat, ohne mal genauer zu schauen, was ist eigentlich der Hintergrund, was war das für ein Mensch und was war das auch für eine Zeit. Wir werden auch nicht nur bei Luther bleiben, sondern vielleicht auch ein bisschen überhaupt auf diese Reformation schauen, was ja eine große Zäsur war in der Geschichte, nicht nur von unserem Land, sondern für Europa oder fürs Christentum überhaupt. Weltgeschichte kann man sagen. Es ist also ein großes Thema. Und wie gesagt, wir werden das mal ein paar kritische Punkte beleuchten. Wollte ich auch noch sagen, bei dieser ganzen Luther-Dekade, jetzt wie gesagt, zehn Jahre, es sind ja auch enorme Summen an Steuergeldern, laufen ja auch in diese Feierlichkeiten rein. Und ich will da jetzt nicht Erbsen zählen oder sowas, aber die letzte Zahl, die ich gehört habe in meinen Recherchen, die ist allerdings auch schon vom letzten Jahr, da war der Stand der Ausgaben schon bei über 200 Millionen Euro. Also es ist schon nicht ganz wenig. Und ja, vielleicht sollten wir uns mal Luther ein bisschen genauer anschauen. Bevor wir so in Luthers Theologie gehen, lass uns mal ein paar Zitate bringen. Ich habe eigentlich, weil das ist wirklich eine, wie man am ehesten vielleicht rankommt an dieses Werk Luther. Luther war ein Mann des Wortes. Er war Prediger, er war Schriftgelehrter. Er hat einen Haufen Texte verfasst in seinem Leben. Bücher, Traktate, Predigten geschrieben, Briefwechsel, das war damals auch enorm wichtig. Briefwechsel sind Literatur. Das heißt, man hat ziemlich viel von ihm. Und aus diesem Gesamtwerk von Luther, da finden sich wirklich einige sehr, sehr interessante Dinge. Und die größte Kritik, was durchaus auch jetzt ab und an auch mal in den Mainstream-Medien auftaucht, das ist Luthers Einstellung gegenüber den Juden. Und Luther kann man sagen, war aus meiner Sicht vielleicht der größte Antisemit seiner Zeit. Und das ist schon ein ordentliches Ding. Und ich habe ja mal ein paar Zitate da, er hat wie gesagt mehrere Bücher geschrieben über das Thema, in seinem ganzen Leben lang. Das hat ihn also immer beschäftigt. In jüngeren Jahren war Luther eher judenfreundlich. Da hatte er so diese Idee, vielleicht die Juden auf seine Seite zu bringen, als Unterstützer von seiner Reformation, die er angestrebt hat. Und aus seiner Sicht heraus ist seine Lehre sozusagen ja komplett logisch. Es bezieht sich alles immer nur aufs Buch. Und da müssen doch eigentlich dann die Juden diese Beweise anerkennen. Jesus war der Messias. Er führt dort Beweise vor. Und dann hofft er, dass die Juden das verstehen und dann logischerweise seiner Lehre folgen. Und dann vielleicht, dass es seiner Bewegung ein bisschen mehr Kraft gibt. Aber es war natürlich nicht so. Denn die Juden selber schauen halt auf eine lange eigene Tradition zurück. Und die lassen sich da jetzt nicht so ohne weiteres überzeugen. Das Thema Judenmission, das geht auch ganz weit zurück. Und das hat nie wirklich funktioniert. Denn da muss man auch fragen, warum auch. Die haben ja ihre eigene Religion. Und sind halt auch nicht so bereit, das ohne weiteres über den Haufen zu werfen. Aber das und diese Erklärungen führen tatsächlich die Theologen heute an. Das hat bei Luther vielleicht dazu geführt, dass als er gemerkt hat, er kann diese Leute nicht für seine Seite gewinnen, dass er dann ins Gegenteil umschlägt und die dann wirklich verteufelt. Und ein paar von den Dingen, ich werde es jetzt vorlesen, das sind Originalzitate, die sind schon richtig arg. Er hat mehrere Bücher geschrieben und mehrere Schriften gebracht. Vielleicht das Bekannteste, das wollte ich noch erwähnen, von den Juden und ihren Lügen. So heißt das Werk schon. Und das ist kein kleines Büchlein. Das ist auch so ein Ding. Es ist nichts, was jetzt mal in diesem großen Gesamtwerk von Luther dann mal irgendwo mal reingerutscht ist. Irgendein Zitat. Nee, es ist, der hat mehrere Bücher geschrieben, dezidiert. Und allein dieses Ding von den Juden und ihren Lügen, das ist keine kleine Schrift. Also es ist ein richtiges Buch. Ich denke, wenn man das in heutigem Layout, was heute üblich ist, drucken würde, würdest du da auf 200, 300 Seiten kommen. Also es sind nicht irgendwelche Nebengedanken, sondern es sind tatsächlich elementar wichtige Gedanken in Luthers Gesamtwerk, um auch zu verstehen, was seine Botschaft an die Welt ist. Okay, lese ich jetzt mal vor hier. Die Zitate sind an verschiedenen Quellen. Ich nenne jetzt nicht immer die Quellen, aber es ist kein Problem für euch, diese Dinge nachzurecherchieren, wenn ihr mir nicht glaubt hier. Ja, okay, dann geht es jetzt los hier. Zitat. Fuh euch hier und fuh euch dort und wo ihr seid, ihr verdammten Juden. Ihr solltet allein die Bibel ja lesen, die der Sau unter dem Schwanz steht und die Buchstaben so da selbst herausfallen, fressen und saufen. Also ihr hört schon, an der Sprache ist es schon ein bisschen problematisch mit dem Luther. Also und ich sage euch, die schlimmsten Dinge lese ich euch ja gar nicht vor. Da ist auch jede Menge Fäkalsprache und wirklich übel, also übel ist die Sprache drin. Aber das Bild, was ihr jetzt gerade hier zitiert, das mit der Sau, das ist ein gängiges antisemitisches Bild. Das ist die sogenannte Judensau. Ich habe ja auch mal ein Bild mitgebracht hier. Da oben steht drauf, Shem Hamforas. Das war übrigens auch eines von den Werken, die Luther geschrieben hat, trug auch diesen Namen. Und das ist ein Relief von der Stadtkirche von Wittenberg, wo Luther also agiert hat. Jetzt ganz spontan, ich weiß jetzt nicht genau, ob dieses Relief nach Luthers Zeit kam oder schon vorher da war. Aber auf jeden Fall zeigt schon mal so dieses Umfeld, was dort in Wittenberg war. Das ist heute noch zu sehen. Und das ist diese, wie soll man das nennen, diese Typus Judensau. Ich meine, ein Begriff, der an sich ja schon entmenschlicht. Und das ist das Problem, um das es hier geht. Das ist also, geht tief rein. Ich komme mal mit einem weiteren Zitat von Luther zu den Juden. Zitat. Die Juden sind ein solch verzweifeltes, durchböstes, durchgiftetes Ding, dass sie 1400 Jahre unsere Plage, Pestilenz und alles Unglück gewesen sind und noch sind. Summa, wir haben rechte Teufel an ihnen. Man sollte ihre Synagogen und Schulen mit Feuer anstecken, unserem Herrn und der Christenheit zu ehren, damit Gott sehe, dass wir Christen seien, ihre Häuser desgleichen zerbrechen und zerstören. Das ist heavy stuff. Noch ein Zitat. Ich will meinen treuen Rat geben. Auf die Frage, wie soll man mit den Juden umgehen, kommt das hier. Ich will meinen treuen Rat geben. Erstlich, dass man ihre Synagoge oder Schule mit Feuer anstecke und was nicht verbrennen will, mit Erde überhäufe und beschütte, dass kein Mensch einen Stein oder Schlacke davon sehe ewiglich. Zum anderen, dass man auch ihre Häuser desgleichen zerbreche und zerstöre. Denn sie treiben eben dasselbige darin, was sie in ihren Schulen treiben. Also das sind schon wirklich krasse Vorwürfe, die er da bringt. Und jetzt wird das gerne versucht zu relativieren, ja, er ist ein Mann seiner Zeit. Muss man das nicht historisch sehen? Und da stimme ich zu. Wir sollten niemals irgendwie leichtfertig urteilen, unsere Maßstäbe, die wir heute haben, unsere Wertemaßstäbe, was darf man sagen, was nicht, was ist politisch korrekt, die können wir natürlich nicht anlegen in der Geschichte. Das gilt aber für die gesamte Geschichte, möchte ich ja mal ganz klar betonen. Weil ich meine, auf der einen Seite, bei Martin Luther, dem gesteht man es zu, naja, das war ja letzten Endes dann auch noch ausgehendes Mittelalter, da hatte man vielleicht noch solche kruden Weltbilder, wie man das heute so gerne sagt. Aber dann, das müsste man ja aber dann auch anderen Generationen auch zugestehen, wenn wir über die erste Hälfte 20. Jahrhundertgeschichte reden. Da war eben auch ein gewisser Zeitgeist. Dann können wir auch nicht mit dem Finger zeigen, ja, hier, die Generation meiner Großväter, das waren alles irgendwie böse Menschenhasser oder sowas. Das ist ja genau das Gleiche. Also da bin ich grundsätzlich dabei. Wir müssen vorsichtig sein, wir dürfen nicht unseren Maßstab da ansetzen. Aber es war nicht so, dass jeder in dieser Zeit so gedacht hat. Das kann man einfach nicht sagen. Es ist wirklich, wenn du, auch von der Art des Schreibstils, wie er sich formuliert und ausdrückt, das ist so derb, da ist so viel Fäkalsprache dabei, das ist so, wirklich, da ist so viel Menschenverachtung drin. Nicht nur bei dem Thema Juden, aber bei dem auch, das hat nicht jeder in der Zeit so gedacht. Es ist nicht so, dass da als Zeitgeister ein Konsens bestand, dass man so schreiben will, sondern das war schon auch seine Sache. Da kann man ihn also nicht aus der Verantwortung nehmen. Und dieser Antisemitismus, den Luther formuliert hat, ich bin jetzt nicht der Erste, der mit diesen Dingen kommt. Man hat schon über längere Zeit, gibt es Historiker, die sozusagen eine Linie konstruieren, von Martin Luther bis ins 20. Jahrhundert, bis zu den Judenverfolgungen in der Nazizeit. Eine kontinuierliche Linie. Und da ist durchaus was dran. Ich meine, wir können jetzt nicht alle Verantwortung auf den Luther geben, das ist schon klar, aber der hat tatsächlich eine, und das ist der Grund, warum wir darüber reden, weil er eben auch heute noch so groß gefeiert wird, der hat tatsächlich eine große Rolle gespielt in dem Stiften einer deutschen Identität. Und das ist auch der Grund, warum er heute so hoch gehalten wird und warum viele Leute sagen, ey, das ist der größte Deutsche, so, das größte Werk, also den größten Einfluss auch gehabt auf die Geschichte. Übrigens, das sagen wir auch nur in Deutschland so, im Ausland ist das doch was anders. Also wenn, gerade schon in Amerika, wenn du da jemanden, da kennt keiner Martin Luther, da ist Martin Luther King. Wenn du das so eingibst, merkst du schon bei der Recherche, wenn du auch nur Martin Luther eintippst, dann kommst du immer auf Martin Luther King. Musst du erst mal unterscheiden. Aber in unserer deutschen Wahrnehmung, weil eben die evangelische Kirche auch eine starke Kraft halt hier nach wie vor ist, hat ja eine enorm große Präsenz. Und tatsächlich spielt halt er nun mal eine wichtige Rolle in dieser Stiftung einer deutschen Identität. Hier noch ein letztes Zitat noch von Luther zu den Juden. Ein ganz kurzes nur. Verbrenne ihre Synagogen, zwinge sie zur Arbeit und gehe mit ihnen nach aller Unbarmherzigkeit um. Also das, finde ich, ist jetzt verdichtet im Grunde genommen fast schon wie so ein Parteiprogramm oder ein Aktionsplan aus den 30er Jahren, wie man mit Juden umgeht. Also verbrenne ihre Synagogen. Und tatsächlich ist es, da wird viel spekuliert, ist es Zufall, dass die sogenannte Reichskristallnacht, wo die ersten wirklich großen Pogrome losgingen gegen Juden und gegen Synagogen, die hat stattgefunden 9. November. Am Abend des 9. November ging es los. Es ging also dann die ganze Nacht. Der 10. November ist Martin Luthers Geburtstag. Und das ist wirklich so, manche Leute sagen, es ist kein Zufall. Manche Leute meinen, da ist eine kausale Kette. Aber tatsächlich, wenn man das hier liest, verbrennen ihre Synagogen, zwingen sie zur Arbeit und gehen mit ihnen nach aller Unbarmherzigkeit um. Dann ist es wie im Grunde eine Blaupause von dem, was dann in den 30er Jahren gelaufen ist. Die Synagogen werden verbrannt, die Leute werden in Lager gesteckt und man geht mit ihnen unbarmherzig um. Das ist im Grunde genommen eine Blaupause. Und tatsächlich ist es so, dass sich einige von den Nazi-Politikern ja auch genauso recht gefertigt haben. Nicht zuletzt haben bei den Nürnberger Prozessen auch gesagt, hey, wir haben jetzt politisch eigentlich nur umgesetzt, was die Kirche schon lange fordert. Und sowohl Martin Luther und natürlich auch bei der katholischen Kirche wirst du, wenn du suchst, auch Antisemitismus finden. Und das sagen sie nicht ganz zu Unrecht. Das rechtfertigen natürlich nicht ihre Taten. Aber es ist ein Argument, tatsächlich. Die Nazis haben das nicht erfunden, sondern das ist schon 500 Jahre alt. Und das ist im Grunde genommen so das Kurzprogramm. Interessant ist ja, Martin Luther, um das mal so einzustreuen, der wurde ja nicht mal unter diesem Namen geboren. Wisst ihr das eigentlich? Da hieß nicht Luther bei Geburt. Die Familie, die hieß tatsächlich, das ist kein Witz, die hießen eigentlich Luder. Luder oder auch Lotter. Beides irgendwie ja interessante Namen. Also, Nomen est Omen sagt man ja immer. Und es war dann Luther selber, der dann, glaube ich, genau in der Zeit, kurz bevor er diese, vermeintlich seine 95 Thesen rausgehauen hat, auch da, ob er die wirklich überhaupt an das Portal hier in der Kirche in Wittenberg überhaupt herangenagelt hat, das ist auch umstritten unter Wissenschaftlern. Wir wissen es nicht genau. Aber sicher ist wohl, er hat diese Thesen geschrieben und er hat die veröffentlicht. Das war sein Ding. Und im Zuge dessen hat er dann seinen Namen verändert. Luder, Lotter war wohl, hat so negative Konnotationen wahrscheinlich gehabt. Und er hat sich dann eben Luther genannt. Und Luther, das kommt aus dem Griechischen von Eloi, Eloi Therios. Eloi Therios heißt frei, der Freie. Also, da hat er sich gegeben. Man könnte auch sagen, das Wort läutern, also eine Läuterung oder sowas, das spielt dort auch mit rein. Luther, läutern, der Geläuterte oder sowas. Ja, aber Freiheit ist ein großes Wort. Und wenn wir wirklich wiederum auf sein Werk schauen, auf das, was er geschrieben hat, dann ist das weit weg von dem, was Freiheit angeht. Wir haben jetzt schon über dieses wirklich düstere, düstere Thema gesprochen, seinen Antisemitismus. Aber er war ja nicht, um auch wieder ein Wort aus unserer Zeit zu benutzen, er war ja auch intolerant gegen andere. Es ging nicht nur, keineswegs nur gegen die Juden, sondern es ging auch gegen alle Andersgläubigen, andere Prediger. Und ich gebe euch jetzt mal wieder ein paar Zitate, was er über andere Prediger geschrieben hat, auch über andere Reformatoren. Reformation war nicht Luthers Erfindung. Reformation ist ein größerer, gesellschaftlicher Prozess gewesen. Es war nicht Luthers Erfindung. Und es gab damals alle möglichen Leute, die die Veränderung wollten. Die Bauernaufstände, da kommen wir auch noch dazu. Aber eben auch, es haben sich auch religiöse Gruppen abgespalten. Es gab dann so Bewegungen wie die Wiedertäufer. Das waren ganz einfache Leute, sehr fromme Leute, die sich halt auch rausgelöst haben aus dieser Orthodoxie, aus diesem Katholizismus, um auch wieder so nahe zu kommen vielleicht an die Ideale der Urkirche, des Urchristentums. Also Gemeinschaften bilden, Kommunen bilden, mit gemeinsamen Besitz gegen all diesen wahnsinnigen Kommerz, der in der Zeit auch schon so groß wurde. Es gab also Gegenbewegungen. Die Wiedertäufer sind nur eine von den Gruppen. Und wie viel Verständnis oder Toleranz, um dieses moderne Wort zu bringen, hat Luther dann den Gruppen entgegengebracht? Gar keine. Gar keine. Hier mal Zitate von ihm. Und ein Bürger ist schuldig, wo solcher Winkelschleicher einer zu ihm kommt, ehe er denselbigen hört, dass er es seiner Obrigkeit ansage und auch dem Pfarrherrn des Pfarrkind er ist. Ich versuche das mal so ein bisschen zu entklamüsern, was er da in seiner altmodischen Sprache dort halt sagt. Es ist ein Aufruf zur Denunziation, zum Denunziantentum. Er sagt, wenn ein Winkelschleicher, mit Winkelschleicher meint er eben jemanden, ein Prediger, der vielleicht frei durchs Land zieht, wie er letztens Christus übrigens auch war, wenn ein solcher Winkelschleicher in ihr Dorf kommt, dann soll er noch, noch bevor er den überhaupt anhört, noch bevor er dem die Chance gibt, mal zu sprechen, was will der Mann, soll er sofort zur Obrigkeit gehen und dort das Anzeigen, zur Anzeige bringen. Hey, da kommt einer in unser Dorf und verwirrt die Schafe. Und er soll es der Obrigkeit anmelden, aber auch dem Pfarrherrn, also gleich die Obrigkeit weltlicher Art und auch geistiger Art, noch bevor man den überhaupt anhört. Also anstiften zur Denunziation. Nächstes Zitat. Darum ist die Obrigkeit schuldig, die Halsstarrigen, es sind Wiedertäufer oder andere, mit leiblicher Gewalt und nach Gelegenheit der Umstände auch mit dem Schwert zu strafen. Alle Andersgläubigen, alle, die irgendwo sich da ausklinken, die einen anderen Weg gehen, da ruft er nach der Obrigkeit. Da ruft er nach dem Henker. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also wenn er von Schwert redet, Schwert heißt sowas wie, es kostet sich das Leben, Todesstrafe. Und auch dort, wie gesagt, diese Wiedertäufer, ob du jetzt deren Glauben teilst oder nicht, ist ja egal, aber das waren absolut friedliche Leute. Das waren Leute, die waren wirklich pazifistisch, kannst du schon sagen. Die haben sich ganz nah versucht, an diesem Ideal von Jesus zu orientieren. Also dieses rechtschaffende Leben, keine Gewalt. Und das waren bestimmt keine Aufrührer, die jetzt irgendwo eine Revolution geplant haben. Sonst waren Leute, die haben sich eher zurückgezogen in ihre eigenen Kommunen. Aber die finden dort natürlich kein Gehör. Noch ein Zitat zu Predigern. Will er predigen oder lehren, so beweise er den Beruf und Befehl, der ihn dazu treibt und zwingt. Oder, schweige still, will er nicht, so befehle die Obrigkeit solchen Buben dem rechten Meister, der Meister Hansen heißt. Oh, damn, was ist hier? Ich meine, will er predigen, also will irgendjemand predigen oder lehren? Im Grunde genommen vielleicht sogar sowas, was ich mache. Ich meine, ich bin kein Prediger, aber im weitesten Sinne lehren, also auch mal ein anderes Weltbild, irgendwas vermitteln, im Grunde genommen, was wir machen, als Freigeister. Solche Buben wie uns eins, die überstellt ja der Obrigkeit. Denn du sollst erst mal, erst mal müsste ich beweisen, woher ich den Beruf oder den Befehl habe. Predigen auf Befehl? Ich meine, was meint er damit da? Wie soll man das beweisen? Er selber beruft sich ja auch darum, hey, Gott spricht direkt zu ihm. Er hat ja da dieses Turmerlebnis, komm mal vielleicht noch dazu und hört direkt Gott, der ihm sagt, was zu tun ist. Aber jemand anders soll das irgendwie beweisen, von welchem Befehl oder Beruf er kommt. Und wer das halt nicht kann, wer also nicht sagt, hey, hier, ich bin hier im Auftrag, des Kurfürsten unterwegs und so, um euch das Seelenheil zu bringen, wer das nicht kann, der soll zur Obrigkeit gebracht werden und die Obrigkeit soll ihm dem rechten Meister, dem Meister Hansen zuteilen. Das ist so eine altmodische Formulierung. Meister Hans, Meister Hansen, das ist der Henker, das ist der Scharfrichter. Also ich meine, das ist heavy stuff. Aber es gibt auch hier Zitate von ihm überhaupt gegen Andersgläubige und auch gegen Hexen. Das ist auch ein großes Thema. Das ist auch ein großes Thema. Vielleicht bevor wir zum Zitat kommen. Die meisten Leute glauben ja, es wäre das Mittelalter gewesen, wo man, wo diese ganzen Hexenverbrennungen stattgefunden haben. Dem ist aber gar nicht so. Das war im Mittelalter eher die Ausnahme. Das gab es schon auch. Aber diese Massenhysterie, wo wirklich im großen Stil vermeintliche Hexen verfolgt wurden, die im Grunde genommen in aller Regel waren es Frauen. Es waren oft Frauen, die kräuterkundlich waren. Es waren Hebammen vor allem. Das hat ganz viel damit zu tun. Hebammen, dieses weibliche Wissen, das Geheimnis der Frauen bei Geburt. Aber die Hebammen, das waren auch die Frauen, die vielleicht Bescheid wussten über Verhütung, Familienplan, über diesen weiblichen Zyklus von Fruchtbarkeit usw. Die vielleicht auch wussten, welche Kräuter auch helfen, vielleicht auch Abtreibungen usw. All die hat man ja dann in diesem Hexenwahn verfolgt. Und das ging tatsächlich erst in der frühen Neuzeit los. Nicht im Mittelalter, in der Neuzeit. Und diese Neuzeit, das ist eben so ein wichtiges Thema hier, eines der großen Dinge, die das definiert waren, wann hat das Mittelalter aufgehört, wann hat die Neuzeit angefangen. Eine der großen Marksteine ist die Reformation. Und danach ging es erst dann so richtig los. Hören wir also was hier original wieder Martin Luther Zitat zum Thema Hexen. Die Zauberin sollst du nicht leben lassen. Es ist ein gerechtes Gesetz, dass sie getötet werden. Sie richten viel Schaden an. Gut, auch da könnte man wieder sagen, ja gut, es ist vielleicht sein Zeitgeist. Und vielleicht muss man ihm das zugestehen, Leute waren damals auch sehr abergläubisch usw. Aber wie gesagt, ich halte gerade diese Hexenverfolgung, das ist ein extrem wichtiges Thema. Weil es eben darum ging, dass dieses Gleichgewicht männlich-weiblich, das wurde dort extrem gepusht, gepusht oder ins Ungleichgewicht gebracht. Und ich meine tatsächlich, die Konsequenzen von der Hexenverfolgung, die spüren wir noch in unserer Zeit. Die spüren wir bis in diese kriegerischen Zeiten des 20. Jahrhunderts hinein. Und er ist auch einer von denen, er ist nicht der Hauptverantwortlicher, aber er ist einer von denen, die dem den Weg geebnet haben. Es geht aber nicht nur gegen Hexen, es geht auch gegen Philosophen und Philosophie. Es war eben auch die Zeit, und ich habe es euch gesagt, nicht jeder in der Zeit war Antisemit. Und nicht jeder in der Zeit war gesagt, verbrennt die Hexe. Sondern es gab auch, das war genau die Zeit, wo in der Philosophie, ausgelöst durch die Renaissance, die wiederum selber ausgelöst wurde, da haben wir vielleicht auch schon mal drüber gesprochen, durch die Einnahme von Konstantinopel. Wann war das? 14, 50er Jahre, wo der Sultan, die Türken haben Konstantinopel eingenommen. Und das war das alte Ostrom, das war das letzte antike Reich, muss man sagen. Und als das gefallen ist, das hat halt einen Strom von Flüchtlingen ausgelöst, wenn du willst, die aus Konstantinopel nach Italien gezogen sind. Vor allem halt die reichen Leute, die Patrizia-Familie, die alten Adelsfamilien aus Konstantinopel. Und die haben halt jede Menge Schriften mitgebracht nach Italien und zum Teil sehr alte Sachen, die bis zurückgehen auf die Bibliothek von Alexandria oder vielleicht noch älter sind. Da sind mal wieder Kopien auch gemacht worden. Und das hatte einen riesen Impact in Europa. Es sind in Italien angekommen und man hat diese alten Schriften studiert. Man konnte die auch lesen, Griechisch, da gab es Schriftgelehrte, die das übersetzen konnten. Und das hat dann eine solche Innovation ausgelöst. Technische Art, Architektur. Plötzlich konnte man wieder auf einmal Kuppeln bauen, wie in der Antike und so weiter, weil man Baupläne hatte. Seefahrt, da haben wir schon drüber gesprochen. Deswegen dann auch dann wenig später die Wiederentdeckung Amerikas und so weiter. Es hat halt viel ausgelöst. Und es hat eben auch philosophisch was ausgelöst. Es hat eben diesen Menschen aus dem späten Mittelalter auf einmal wieder dieses antike Menschenbild nahegelegt. Und wenn wir heute in ein griechisches Museum gehen, dann siehst du halt da diese Schönheit des Menschen, auch oft nackt dargestellt, Schönheit, klare Proportionen und so weiter. Also der Mensch selber steht dort näher im Mittelpunkt, als es eben in dieser christlichen Religion der Fall ist. Und aus dieser Zeit haben sich die ersten Humanisten entwickelt, wie man sie nennt. Also diese philosophische Richtung der Humanisten. Der bekannteste wahrscheinlich aus seiner Zeit auch, und man kann sogar sagen, es ist wie ein Gegenpol zu Martin Luther, das Erasmus von Rotterdam. Und jetzt komme ich zu dem Zitat, was hat Luther zu diesen philosophischen Strömungen, die den Menschen mehr in den Mittelpunkt stellen, die weltlicher werden, was hat er zu denen zu sagen? Zitat, Ich wenigstens glaube, Gott diesen Gehorsam zu schulden, gegen die Philosophie wüten zu müssen. Das waren seine Feinde, das waren die Feindbilder. Leute wie Erasmus von Rotterdam, Humanisten, pro Menschlichkeit, das waren die Feinde, die galt es zu bekämpfen. Weiteres Zitat, Ebenso wie Erasmus habe ich auch Münzer getötet. Sein Tod liegt auf meinem Hals. Das hat er gesagt. Erasmus von Rotterdam habe ich euch schon vorgestellt, berühmtester Humanist aus dieser Zeit, und das war ja bei weit nicht der Einzige. Und Münzer, der Name, da kommen wir auch noch dazu, Thomas Münzer, das war eben ein anderer Reformer, ähnlich wie er, ähnlich wie Martin Luther eigentlich, aber der halt eher auf Seiten des Volkes stand und aus der Sicht für Luther ein Feind war. Und wenn er jetzt hier schreibt, er hat Erasmus und auch Münzer getötet, dann natürlich nicht physisch, das hat er nicht gemacht, aber deren Werk, hat er getötet. Und tatsächlich, Thomas Münzer wurde ja hingerichtet, und Martin Luther sieht selber durchaus, dass er einer der Kräfte dahinter war, die eben Leute wie den Münzer und auch diese gesamten Bauernaufstände, die den kriminalisieren, die halt sagen, das ist ein Aufrührer, und die gehören Bekämpfter. Also er macht da keinen Hehl draus. Und dann hat er noch ein Zitat über die Wiedertäufe und vor allem ihre Ablehnung von Eigentum. Und das ist eigentlich schon auch interessant, wenn man so überlegt, wir haben auch im 20. Jahrhundert, am 19. ging das los, diese ganzen Phänomene, so Kommunismus und Sozialismus und so weiter. Und an anderer Stelle, nicht hier, habe ich auch schon mal diesen Zusammenhang hergestellt, ist nicht eigentlich der Kommunismus durchaus auch eine Art Religionsbewegung oder eine Art Religionsersatz? Aber es ist in einigen Thesen doch relativ nah dran an dem, was auch so das Urchristentum fordert. Also dieses, beispielsweise eben die Frage von Eigentum, von privatem Eigentum. Und eben diese Wiedertäufer damals, das war nicht die einzige Bewegung, da gab es mehrere, die gehen auch zum Teil noch ältere zurück. Viele von denen hatten eben genau auch sich über diese Punkte schon Gedanken gemacht und haben privates Eigentum abgelehnt. Und haben gesagt, das kann nicht sein, im Gegensatz zu dem, wie halt die Päpste und die Kardinäle gelebt haben, Renaissance, rauschhafte Partys und so weiter, haben die gesagt, Christus hatte auch kein Eigentum. Sondern die haben auch eine Kommune gehabt, er und seine Jünger und haben dort alles geteilt miteinander. Und wäre das nicht auch das Ideal eigentlich? Also so haben die versucht halt zu leben, das umzusetzen. Und zu diesen Ideen hat Luther auch was formuliert, und das kommt jetzt hier, Zitat von ihm. Die Wiedertäufer, sie sind auch nicht schlicht allein Ketzer, sondern als Aufrührer greifen sie die Obrigkeit und ihre Regiment und Ordnung an. Der hat ihnen also nicht zugestanden, das sind jetzt nur Ketzer im Sinne von, naja, das sind halt irgendwie religiöse Spinner vielleicht, würde man heute sagen, die lassen mir mal so, lass sie einfach in Ruhe, die schaden niemanden. Nein, er sagt allein, dass sie diese Gedanken haben und dass sie untereinander, ohne das jetzt großartig zu missionieren, aber allein schon, dass sie untereinander so eine Kommune gründen, das ist schon ein, das ist schon Aufruhr. Aufruhr gegen die Ordnung, Aufruhr gegen die Obrigkeit und muss dementsprechend von der Obrigkeit sanktioniert werden. Also das ist schon eine harte Position. Und auch da wieder, könnte man sagen, es ist 500 Jahre her. Aber wieder sage ich, Luther hat so viel Identität gestiftet, wenn man sich heute anschaut, wie gerade die evangelische Kirche in Deutschland gegen sogenannte Sekten vorgeht, dann hat das auch vielleicht dort seine Basis. Berüchtigt, so die Sektenbeauftragten der evangelischen Kirche, die sind berüchtigt, wenn die so als ihren Gegner sehen, die werden auch hart bekämpft. Und das ist im Grunde genommen auch wieder eine Traditionslinie hier. Jetzt kommen wir zu den Bauern. Die Sache ist ja, diese Reformation war nicht Luthers Idee. Er war nicht der Einzige. Es gab eine ganze Reihe von Reformatoren. Weil in dieser Zeit wirklich große gesellschaftliche Veränderungen einfach anstanden. Die mussten kommen. Wie gesagt, das ist schon eben ausgelöst durch diese Renaissance, dass auf einmal neue Gedanken kamen rein. Neue Möglichkeiten kamen rein. Die Städte sind immer selbstbewusster und stärker geworden. Also auch wirtschaftlich haben sich Dinge verändert. Und es war einfach eine Zeit, wo Veränderungen anstanden. Also gerade diese, für die unterste Kaste, möchte ich jetzt mal sagen, für die Bauern, war das eine enorm harte Zeit. Die Aufgabe der Bauern war ja letzten Endes den, ich will es jetzt mal, sagst du, das ist provokant, diesen Wasserkopf. Zu tragen. Die Bauern sind sozusagen die Wirbelsäule eines Volkes und müssen das tragen, was oben ist. Und das oben, der Wasserkopf wird immer größer. So war das damals. War ja auch tatsächlich, es geht mir hier keineswegs, nicht, dass ihr das falsch versteht, dass ich jetzt pro-katholisch oder so spreche. Ich meine, die Kritik, die man an dem Kirchensystem damals hat, die war völlig berechtigt. Diese ganze Wahnsinn mit sowas wie Ablasshandel, also dass du halt Geld bezahlen kannst für deinen Seelenheil und solche Dinge, das hat natürlich enorme Ausmaße genommen. Auch der Nepotismus, also sowas wie eine Vetternwirtschaft. Päpste, wenn du einmal dort in hoher Position warst, bestes Beispiel sind diese italienischen Familien wie die Borgia und sowas, oder Bochia, als die Päpste waren, dann haben die gleich einen Haufen anderen Leuten selber wieder in hohere Positionen geschachert. Als Papst konnte man Adel verleihen. Man konnte Leute zum Ritter schlagen und solche Geschichten, sodass dann auf einmal, Bürgerliche wären adelig, gegen den entsprechenden Oberlust. Und so entstand halt ein System, wo dieser Wasserkopf immer größer wird. Es gibt immer mehr, die dann da aufsteigen. Stichwort auch Schwarzer Adel, könnte man darüber sprechen. Und natürlich war die Belastung für die Bauern immer größer. Und dass die Bauern dort aufbegehren, ist aus meiner Sicht völlig legitim. Es war auch nicht nur in Deutschland, heute wird es immer so reduziert, so auf die deutschen Lande, diese Bauern aufstellen. Es war nicht nur in Deutschland, es war auch in Gebieten in der Schweiz. Und das war relativ weit verbreitet, auch schon in der Zeit vor Luther, während Luther und nach Luther. Es gab immer wieder dort verschiedene Phasen. Heute reduziert man das ein bisschen, vielleicht um es zu vereinfachen, auf diese deutschen Bauernkriege. Aber es war ein größeres Phänomen, weil eben tatsächlich das so nicht mehr weiterging. Und die Forderung der Bauern, ich habe jetzt mal hier welche mitgebracht, da kann man eigentlich bei allen auch grundsätzlich zustimmen. Das sind wirklich jetzt keine ungerechtfertigten Forderungen. Ich lese euch mal vor, die zwölf Artikel von Memmingen, wie es genannt wird. Memmingen, Stadt im Allgäu, Südwestdeutschland. Und dort gab es eben auch große Bauernaufstände. Und dort in Memmingen hat man sich auch mal geeinigt auf einen Forderungskatalog, mit dem man zur Obrigkeit geht. Lese sie mal vor, dass man einfach so ein Gefühl bekommt für diese Zeit, was da Thema war. Die zwölf Artikel von Memmingen forderten die freie Pfarrerwahl, die Abschaffung des Kleinzehnten, also der Zehnte, kirchliche oder gemeinnützige Verbindung der Großzehnten. Es gab einen Kleinzehnen, einen Großzehnen, also verschiedene Abgaben. Die Aufhebung der Leibeigenschaft, freie Jagd und Fischerei, die Rückgabe der Wälder, die Reduzierung der Frohendienste, Einhaltung bestehender Besitzbedingungen, Neufestsetzungen der Abgaben an den Grundherren, feste statt willkürliche Strafen, Rückgabe der Almenden, Abschaffung des Todfalls. Und was wir hier schon sehen, ist, in dieser Zeit wurde tatsächlich den Bauern, wie soll man sagen, es gab eine Rechtsverschiebung. Dem Bauern wurden einige alte, angestammte Rechte, die du als freier Bauer ursprünglich hattest, wurden Schritt für Schritt beschnitten, weggenommen, verändert. Die Rechtslage hat sich verändert. Und vieles von dem, was die herfordern, ist einfach eigentlich das, was sie schon immer hatten. Ganz interessant, zum Beispiel hier dieser Punkt, die Rückgabe der Almenden. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff Almende kennt. Eine Almende, das ist so etwas wie eine kommunale Weide. Eine Weide, die jetzt nicht einem Bauern gehört, sondern die dem Dorf gehört. Und wo dann alle, die zu dem Dorf, zu dieser Gemeinschaft gehören, meinetwegen ihr Vieh weiden lassen können. Also so alte Gemeinschaftslande, das geht weit zurück, das sind alte Traditionen. Und die hat man eben in dieser Zeit auch schrittweise so beschnitten, verändert, einfach neue Fakten geschaffen. Das ist, was sie auch schreiben, hier willkürliche Strafen. Es war halt Willkür damals. Es ist enorm groß geworden. Das heißt, die Forderung, die jetzt hier die Bauern stellen, das sind jetzt keineswegs irgendwelche Unverschämtheiten, sondern das erscheinen mir tatsächlich ganz grundlegende Dinge, wo sie auch im Recht sind. Also ich kann das durchaus nachvollziehen. Und so haben das ja auch einige Reformatoren gesehen. Es gab ja Leute wie dieser Kollege hier, Thomas Münzer, den wir schon hatten. Das ist ein Zitat von Thomas Münzer. Thomas Münzer hat gesagt, die Herren machen das selber, dass ihnen der arme Mann Feind wird. Die Ursache des Aufruhrs wollen sie nicht wegtun. Wie kann es die Länge gut werden? So ich das sage, muss es aufrührisch sein. Und das ist genau richtig. Dem würde ich mich anschließen. Münzer sagt, es kommt doch von oben kommen diese Impulse, die für diese Ungerechtigkeiten sorgen, die das Recht brechen und so weiter. Und tatsächlich, ich meine, all diesen Dingen, das ist 500 Jahre her, aber wir sollten das immer so im Hinterkopf halten. Deswegen erzähle ich das, was heute passiert. Weil wir heute auch, da können wir uns, glaube ich, einig sein. Heute sind wir auch in so einer Zeit, wo enorme Dinge sich wandeln, wo große Räder sich drehen. Und deswegen ist es sowas nicht verkehrt, einen Blick zu werfen, wie das damals lief. Und da kam es eben auch von oben. Das Recht wurde gebeugt. Recht wurde verändert. Recht wurde neu gemacht. Recht, alte Rechte, Traditionsrechte, die die Leute hatten, wurden ihnen weggenommen. Und es ist genau, wie Münzer das sagt, der erste Satz ist entscheidend. Die Herren machen das selber. Der Stress kommt nicht von unten. Das Volk würde ja damals, die fordern dann noch nicht mal jetzt irgendwas wie Demokratie oder so. Das ist ja noch immer spätes Mittelalter, frühe Neuzeit. Das Volk fordert nur, dass wir wieder, dass sie in Harmonie kommen mit den Oberen. Dass es wieder ein Einklang ist. Aber dieses ganze Modell, was eben eine lange Tradition hatte, auch diese Modelle von Leibeigenschaft, zu der Zeit wurde es echt wirklich nur noch auf Kosten von den einfachen Leuten halt ausgetragen. Und deswegen ist es völlig richtig, ein Mann wie Thomas Münzer, und das war eben auch ein Kind der Zeit, der kommt ja ganz klar zu dem Schluss, ja, hey, so sieht es halt aus. Und deswegen hat sich Thomas Münzer dann auf die Seite der Bauern gestellt. Und ist dann auch, bei den Bauernkriegen wurde er dann auch als Aufrührer gesehen und wurde dann auch gefangen genommen und hingerichtet. Als Aufrührer, so wie es eben Luther beschreibt. Solche Leute musste dem Schwert überurteilen. Meister Hansen. Das ist übrigens auch der Grund, nur ist auch noch so am Rande, warum Thomas Münzer gerade hier in Ostdeutschland, vor allem in Zeiten der DDR, der größere Name war als Martin Luther. Weil eben Thomas Münzer, so aus Sicht der DDR-Historiker, tatsächlich eine Art früher revolutionär war. Natürlich als Kind seiner Zeit immer eng verbunden mit der Religion, aber er hat halt darauf hingewiesen, hey, wie geht ihr mit den einfachen Leuten um? Arbeiter und Bauernstaat. Arbeiter gab es damals noch nicht so als eigene Klasse. Wir reden halt von den Bauern. Wir reden halt vom einfachen Volk. Am Anfang, als Luther noch ein bisschen jünger war, da hatte er durchaus auch so etwas von diesem religiösen Esprit, so ein bisschen religiöser Geist, aber als er dann gesehen hat, wie dann tatsächlich die Bauern vielleicht sich sogar auf jemanden wie Luther berufen, zumindest haben sie sich auf diese Reformation berufen, die Bauern haben dann auch gedacht, dass in der Reformation das für sie vielleicht auch eine Chance ist, dass sie wieder in eine bessere Position kommen und als er das dann so gemerkt hat, da hat er sich dann ganz schnell distanziert von den Bauern. Und weil für Luther war immer wichtig, diese gute Connections zur Obrigkeit zu haben. Das war ganz wichtig. Und er hat dann so ein Buch geschrieben oder eine Schrift, die hieß Wieder die mordischen und räubischen Rotten der Bauern. Also das klingt schon so hart, die mordischen und räubischen Rotten der Bauern. Und aus dem kann ich auch noch ein bisschen zitieren, was er vom einfachen Volk also gehalten hat. Wieder die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern. Man soll sie zerschmeißen, würgen, stechen, heimlich und öffentlich, wer da kann, wie man einen tollen Hund erschlagen muss. Also auch hier wieder, ähnlich wie bei den Juden, man nimmt ihnen die Menschenwürde, man vergleicht sie mit Hunden, mit Schweinen und man muss sie alle niederschlagen. Das ist, boah, das ist schon ziemlich hart. Weiter geht's. Steche, schlage, würge, hier, wer da kann. Bleibst du darüber tot? Wohl dir. Einen seligeren Tod kannst du nimmer mehr erlangen. Also für mich klingt das so, hier spricht er zu den Leuten, zu den, 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 den Söldnern, zu den Schergen, die dann das durchführen und die Bauern niederschlagen. Zu denen spricht er. Und es klingt ja schon fast wie irgend so ein Freakengihad oder sowas. Steche, schlage, würge, wie du es nur kannst. Wenn du dabei stirbst, dann wohl dir. Einen seligeren Tod kannst du nicht mehr ertragen. Da kommst du ins Himmelsreich. Du bist in einer guten Sache gefallen. Ein Kampf gegen diese aufrührerischen Bauern. Wenn du in dieser Schlacht fällst, hey, du hast den Segen. Du hast den Segen von der Kirche. Alles gut. Drum soll hier erschlagen, würgen und stechen, heimlich oder öffentlich, wer da kann. Und daran denken, dass nichts Giftigeres, schädlicheres, teuflischeres, sein kann als ein aufrührerischer Mensch. Es ist mit ihm so, wie man einen tollen Hund totschlagen muss. Schlägst du ihn nicht, so schlägt er dich und dein ganzes Land mit dir. Das ist auch echt heftig. Also mir fällt es wirklich, schon beim Vorlesen von diesen ganzen Zitaten, ich kann euch, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich habe jetzt an dem Thema auch eine Weile recherchiert und ich bin so froh, wenn es jetzt vorbei ist. Mich nervt das total, die ganze Zeit in diese geistige Welt einzusteigen, diese Zitate zu lesen, zum Teil auch diese Fäkalsprache, wirklich die schlimmsten Zitate will ich ja gar nicht hier bringen, weil die will ich gar nicht lesen, das kommt mir schwer über die Lippen. Und es ist auch, ich bin wirklich froh, wenn ich das Thema hinter mir habe, weil es ist echt wirklich, ah, das rührt einen richtig auf, sich mit diesem Kram zu beschäftigen so. Naja gut, aber hier geht es halt wiederum, ein aufruerischer Mensch, einer der gerechte Forderungen stellt, meiner Ansicht nach, den sieht er als einen tollen Hund, also einen Hund, der sowas wie Tollwut hat, den musst du totschlagen. Denn sonst, wenn du das nicht machst, dann schlägt er dich, dann schlägt er dann irgendwann die Obrigkeit. Und hier noch ein letztes hier zum Thema Bauern. Ich habe im Aufruhr alle Bauern erschlagen. All ihr Blut ist auf meinem Halse. Aber ich schiebe es auf unseren Herrgott. Der hat mir befohlen, solches zu reden. Das heißt, Luther ist durchaus, das muss man sogar zur Anerkennung erreichen, er übernimmt schon die Verantwortung. Also er redet sich da nicht raus und sagt, die Bauern, die hätten ein bisschen Liebe, mit christlicher Liebe vielleicht behandeln sollen. Nee, er sagt das ganz offen, hey, diese toten Bauern, und wir reden hier wirklich, allein bei den Bauern, das sind Tausende, Zehntausende, die damals hier leben, gelassen haben. Das sind bei diesen anderen Glaubensgemeinschaften, die Wiedertäufern, es sind Tausende, die da hingerichtet wurden. Luther nimmt durchaus die Verantwortung auf sich. Er sagt, ja, das ist völlig richtig, ich fordere das, und das Blut klebt an meinem Halse, aber hey, ich habe damit eigentlich nichts zu tun. Der Herrgott hat es befohlen. Gott mit uns. Wie unsere Großväter seinerzeit hier in Osteuropa einmarschiert sind, haben die auch auf der Koppel stehen gehabt, Gott mit uns. Das ist im Grunde genommen das Gleiche so. Gott hat es mir empfohlen, ich habe da keine Verantwortung dafür. Und das ist ein zentraler Punkt, Verantwortung. Und zu dem kommen wir dann noch. Aber ich habe noch mehr Zitate, ich peitsche dir jetzt hier durch. Das ist auch hart, gegen Frauen. Und auch da wieder, ja, ich weiß, man muss das historisch sehen, aber auch da, es gab auch in dieser Zeit Menschen, Männer, die Frauen einfach respektiert haben, ja, als das, was sie sind. Und nicht automatisch, kann man sich da rausreden, das ist halt so der Zeitgeist, Frauen sind halt zweiter Klasse. Das ist, das stimmt einfach nicht. Zu allen Zeiten gab es auch rechtschaffende Leute, aber was er so über Frauen sagt, das ist auch richtig hart. Das sollte vielleicht auch nochmal hier Margot Kessmann vielleicht nochmal genau zuhören, weil die ist ja auch eine. Margot Kessmann kennt ihr, ich will jetzt gar nicht bäschen so, das ist auch gar nicht so wichtig. Aber was mir so aufgefallen ist, weil auch Luther, ja, da kommt sie natürlich viel zur Sprache, als eine der Führerinnen hier von der evangelischen Kirche in Deutschland, EKD. Und ich habe dann auch von der Kessmann aus gehört und das ist zum Teil wirklich ganz ehrlich, für mich ist es unerträglich, mit welcher Naivität, die da über Luther redet. Da wurde sie nämlich auch damit konfrontiert, da hat jemand kritisch so gefragt, ja, hier, Luther, diese ganze Antisemitismus und so weiter. Und dann sagt sie nur so, ach, der Martin, fast so wie schwärmerisch, als ob sie da für den Schwärm wie irgendein kleines Mädchen und denken, ey, das kann doch nicht sein. Ach, der Martin, das hat der gar nicht so gemeint, das war so ein ganz Lieber. Und ich meinte, hä? Na ja, gut. Aber hier, was hat er für die Frauen, zu den Frauen gesagt hier? Von den Hexen haben wir schon geredet, von den Heilfrauen. Jetzt rede ich wirklich nur von allen Frauen, also von allen Weibern. Jetzt, um die geht's hier. Der Tod im Kindbett ist nichts weiter als ein Sterben im edlen Werk und Gehorsam Gottes. Ob die Frauen sich aber auch müde und zuletzt Tod tragen, das schadet nichts. Lass sie nur Tod tragen, sie sind darum da. Puh. Also hier geht's um das Thema im Kindbett und dass halt viele Frauen im Kindbett gestorben sind und er sagt, also das ist mit dem Tod tragen gemeint, das schadet nichts. Wenn die im Kindbett sterben, brauchst du nicht traurig sein, dafür sind die einfach da. Macht nichts. Sind auch ersetzlich. Ist die eine weg, kommt die andere so. Ja, es klingt hart, aber so hat er argumentiert hier. Es ist ein arm Ding um einen Weib. Die größte Ehre, die das Weib hat, ist, dass wir allzu mal durch die Weiber geboren werden. Das ist die einzige Ehre, die er den Frauen zugesteht, ist, dass sie Männer gebären. Dass auch er hatte eine Mutter, da kommt man noch nicht ganz drum rum. Na gut, jetzt in unseren heutigen Zeiten mit Transhumanismus, vielleicht kann man das auch irgendwann dann hinter uns lassen und dann bleibt da nicht mehr viel übrig. Aber das, wie gesagt, das ist, ich will jetzt nicht unseren Maßstab von heute anlegen auf einen Menschen um 1500 oder aus dem 16. Jahrhundert. Das wäre unfair. Aber wir müssen es in diesem größeren Kontext auch sehen, also wie eben mit Frauen umgegangen wird. Das ist ja sozusagen die Grundlage, auf der dann drauf wächst, all diese Hexenverfolgung. Also das ist auch schon diese Grundlage, diese Wertlosigkeit gegenüber den Menschen. Auch da wieder, dem Menschen wird der Wert entzogen. Und Frauen sind, genauso Menschen wie die anderen auch. Aber das sieht er nicht. Das ist auch fies hier. Unkraut wächst schnell. Darum wachsen Mädchen schneller als Jungen. Das kann man gar nicht glauben. Das ist der Martin Luther. Was reden wir überhaupt die ganze Zeit hier? Ich dachte immer so, aber da komme ich noch nicht dazu. Aber bei dem bleiben. Unkraut wächst schnell. Mädchen wachsen schneller als Jungen, weil sie halt unkraut sind. Ich meine, das ist der, was ist das für eine Aussage so? Da ist einfach null Respekt dahinter. Und wie gesagt, diesen Respekt, den kannst du als Mensch immer haben. Das ist ähnlich, wie wenn wir heute, wenn wir heute reden über, ja, wenn Leute aus islamischen Kulturen kommen und dann einen Ehrenmord machen an ihrer Frau, da muss man dafür Verständnis haben, weil es ist halt deren Kultur. Nein, das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Ich war viel in arabischen Kulturen und ich weiß, das ist auch dort grundsätzlich so, von der Idee her, vollen Respekt der Frau auch zu zollen gilt. Und das ist auch dort nicht in Ordnung. Und auch dort ist es nicht so, dass jeder Muslime oder dass es gar irgendwie religiös begründet ist, dass es okay ist, hier irgendwelche brutalen Ehrenmorde durchzuziehen, wenn man der Frau irgendwelche Vertretungen vorwirft. Nein, das ist nicht okay. Das ist auch in der Türkei verboten, das ist auch in Ägypten verboten. Es ist nicht so, dass man das als Entschuldigung heranziehen kann. Das ist einfach nicht wahr. Und genauso ist es auch hier, es ist keine Entschuldigung, dass man sagt, naja, der hat halt damals gelebt, dann hat man es so gesehen. Nee, es haben eben viele Leute auch anders gesehen. Oder zumindest mit ein bisschen mehr Respekt einfach. Der ist auch gut hier. Eine Frau hat häuslich zu sein, das zeigt schon ihre Beschaffenheit an. Frauen haben nämlich einen breiten Podex und weite Hüften, dass sie sollen stille sitzen. Ich meine, komm ey, das ist doch jetzt auch einfach nur dumm, oder? Breiter Podex, übrigens, das wusste ich noch gar nicht, ich habe mir was Neues gelernt hier. Podex, lateinisches Wort verhintern. Da kommt unser Wort, der Po, der Hintern. Frauen haben einen breiten Hintern und weite Hüften. Das zeigt schon rein, von der Physiognomie her, die sollen sich hinsetzen und die Klappe halten. Come on, echt Martin. Jetzt habe ich noch eins, die meisten sind sprachlich schon ein bisschen in neuere Sprache übersetzt. Das sind alles Editionen, zum Teil aus dem 19., 20. Jahrhundert. Es gibt ja eben das wie Literatur bei Luther. Aber jetzt habe ich hier immer noch noch ein so ein Ding in seine Originalsprache. Will ich auch noch kurz reinhauen, die ist auch interessant hier. Immer noch zum Thema Vorrauen, ja. Wo nun eins sich sperret und nicht will, dann nimmt und raubert es seinen Leib, den es geben hat dem anderen. Das ist denen eigentlich wieder die Ehe und die die Ehe zu rüssen. Darum muss die weltliche Ubrigkeit das Weib zwingen oder umbringen. Wo sie das nicht tut, muss der Mann denken, sein Weib sei ihm genommen von Räubern und umbracht und nach einer anderen trachten. Ich weiß nicht, ob ihr das verstanden habt in diesem etwas altmodischen Deutschen. Was es hier geht, ist Sex in der Ehe. Und er argumentiert, wenn eine Frau jetzt in der Ehe keinen Sex haben will, sich dem Mann verweigert, dann ist es sie, die die Ehe zerreißt. Weil das ist eigentlich der einzige Grund der Ehe und was die Frau hat, ist eben ihr Leib. Und den hat sie. Sie muss den Leib dem Mann geben. Wenn sie das nicht macht, dann geht das sogar so weit, dass die weltliche Ubrigkeit die Frau zu zwingen hat. Das muss ich mir vorstellen. Ich meine, von was reden wir da? Und wenn es aber nicht geht, schreibt er, wo das die Obigkeit nicht tut, und ein Mann in der Situation ist, dass er eine Ehefrau hat, die ihn verweigert, dann solle er so tun, so Luthers Rat, als sei die Frau ihm von irgendwelchen Räubern genommen worden, dann soll sie einfach eine neue suchen. Will sie nicht, dann tut es halt eine andere. Und wenn es auch nur die Magd ist oder sowas. Das ist auch interessant. Es ist aus dem Ganzen ja schon ein bisschen rausgekommen, aus meiner Lutherkritik hier, dass er ein Mann war, der sich immer der Obrigkeit angedient hat. Und da gibt es auch eine ganze Reihe von Zitaten, die das belegen. Das ist hier mit eines der beeindruckendsten. Es ist eine verdammte, verfluchte Sache mit dem tollen Pöbel. Niemand kann ihn so gut regieren wie die Tyrannen. Die sind der Knüppel, der dem Hund an den Hals gebunden wird. Könnten sie auf bessere Art zu regieren sein, würde Gott auch eine andere Ordnung über sie gesetzt haben, als das Schwert und die Tyrannen. Das Schwert zeigt deutlich an, was für Kinder es unter sich hat, nämlich nichts als verdammte Schurken, wenn sie es zu tun wagten. Darum rate ich, dass ein jeder, der hier mit einem guten Gebissen handeln und das Rechte tun will, mit der weltlichen Obrigkeit zufrieden sei und sich nicht an ihr weigere, an ihr vergreife. Es ist besser, wenn Tyrannen hundert Ungerechtigkeiten gegen das Volk verüben, als dass das Volk eine einzige Ungerechtigkeit gegen die Tyrannen verübt. Interessante Sache, auch in der heutigen Zeit, bei all den Dingen, die heute ablaufen. schon der erste Satz, es ist eine verdammte, verfluchte Sache mit dem tollen Pöbel. Damit spricht er von uns. Also, ich sage es euch immer wieder, ich gehöre zum Volk. Ich bin das. Ich gehöre zum Volk. Er meint uns. Und das klingt doch genauso wie, wie es der nochmal, so vor zwei, drei Jahren, ich weiß nicht, ob man es mitbekommen hat, da hat, ich glaube, es war der McCain, so amerikanischer Ex-Politiker und auch einer von den großen Strippenziehern dort. Und der McCain, der hat doch da diese schöne Bourbon geprägt, wo da irgendwelche Demonstranten ihn gestört haben und so, da hat er dann doch so etwas gesagt wie, shut up, you low-life scum. Low-life scum, hat er da gesagt. Du Niederleben oder niederes Leben abschaum oder so was. Ich will ja gar nicht damit beschäftigen, wenn du so etwas besetzt hast. Solche Gedanken kommen mir gar nicht in den Kopf. Wenn ich jemanden beleidige, dann würde ich ein ganz anderes Wort finden, aber nicht so was. Das ist im Grunde genommen genau das Gleiche. Dieses, er sagt sozusagen, das Volk ist per se einfach schlecht. Und er sagt, er beweist es auch. Bei Luther ist immer alles Kopf. Das ist immer alles ideologisch so. Er beweist es und sagt, wenn das Volk besser wäre, dann bräuchte es ja diese Tyrannen nicht. Aber Gott hat die Tyrannen eingesetzt, weil es die einzige Art ist, wie du das Volk im Zaum halten kannst. Immer nur Knute. Knute drauf. Und ich meine, das ist auch interessant. Ich habe euch vorhin schon gesagt, dass viele argumentieren so, dass es eine geistige Linie gibt zwischen dem Antisemitismus aus der Nazi-Zeit bis hin zu Luther. Aber das ist genau das Gleiche. Dieses Obrigkeitsdenken. Das, was auch Leute wie, wer war es, Thomas Mann, glaube ich, oder einer von den Mann-Brüdern, die ja auch so, ich glaube, der hat das Werk der Untertanen geschrieben. Das ist auch so eine Art Psychogramm der Deutschen. Und das ist tatsächlich so eine von den, was viele, wie viele die Deutsche verstehen, so dieser Untertan-Gedanke. Dass die Obrigkeit mehr oder weniger unantastbar ist. Es gibt andere Völker, das ist immer viel mehr Revolution. Da kommt es wie eher zum Streik. Bei uns, bis der deutsche Michel da mal Streik gegen die Obrigkeit, muss schon viel passieren. Das ist scheinbar in uns drin, so diese Obrigkeitshörigkeit, dass man einfach das akzeptiert. Und das geht auch schon so weit zurück. Und viele sagen, dass es tatsächlich auch wieder hier, Luther hat eine wichtige Rolle gespielt in der Identitätsstiftung. Und auch dieser Obrigkeitsgedanke, das ist tatsächlich wichtig. Und das sorgt ja auch dafür, dass dann so protestantische Kirchen, könnte das dann halt Staatskirchen sein. Was an sich schon ein Widerspruch ist. Aber es ist kein Problem im Protestantismus. Ob das in Dänemark ist oder England könnte man auch nennen, diese Staatskirchen. Und selbst bei uns ist ja die Vermischung von Staat und Kirche groß. Ich habe es vorhin schon gesagt, über 200 Millionen Euro sind schon in die Lutherfeierlichkeiten gegangen. Der deutsche Staat zieht die Kirchensteuern ein. Der deutsche Staat bezahlt die Bischöfe. Das ist so. Ein evangelischer Bischof, der steht auf der Payroll vom Staat. Nicht vom Steuergeldern wird er finanziert. Nicht so, dass die Kirchen das selber organisieren. Sondern vom Steuerzahler wird er finanziert. Bis hin zum Religionsunterricht und so weiter. Also es gibt da noch eine ganze Reihe weiterer Privilegien. Aber diese Tradition, die hat meines Erachtens durchaus auch ihre Wurzeln hier bei in dieser Zeit, bei Martin Luther. So ein Zitat habe ich noch. Das ist das letzte Zitat. Und dann können wir noch ein bisschen über seine Theologie sprechen. Und vielleicht überhaupt über dieses ganze Phänomen Reformation. Das versuchen wir so ein bisschen zeitlich einzuordnen. Aber das letzte Zitat, das führt uns auch dahin. Denn es geht um die große Frage des freien Willens. Und ich habe euch auch schon erzählt, Erasmus von Rotterdam, das war eben einer, der auch den, den eher pro freier Wille war. Und ich weiß, freier Wille ist ein schwieriges Thema. Das ist das letzte Wort auch nicht gesprochen so. Aber Martin Luther gehört eben zu den Predigern, zu den Ideologen, die den Menschen ja jegliche Freiheit wegnehmen. Er, der sich selber der Freie nennt, er wahrscheinlich schon frei, aber der Rest halt nicht. Der Rest ist ja tolle Hunde und die müssen schön in der Tyrannei werden. Was schreibt er zum freien Willen? Das freie Willensvermögen nach dem Sündenfall ist ein bloßer Name. Und indem es tut, was in seinen Kräften steht, sündigt es tödlich. Wir kommen jetzt wirklich zu dieser Theologie von Luther, wenn man sie so nennen will. Und was auch wirklich so, wo ich für mich auch erkenne, das ist wirklich komplett das Gegenteil von dem, für was jemand wie ich steht. Und ich missioniere nicht, ich muss ja nicht, ich habe auch keine Religion oder sowas, aber das wird dort wirklich, wirklich sichtbar. Also das ist ein komplettes Gegenteil. Und es geht mir auch nicht darum, jetzt grundsätzlich, ihr wisst, dass ich kritisch gegenüber den Religionen bin. Es geht mir jetzt auch nicht um ein besonderes Bashing jetzt von den Evangelischen. Tatsächlich in meiner eigenen Familie, ich habe väterlicherseits, komme ich aus einer protestantischen Familie. Meine Mutter ist katholisch, mein Vater ist protestantisch. Und ich kenne das so, dass in dieser väterlichen Familienlinie das mehr als nur ein Pfarrer. Also das sind auch wirklich Leute, die sind da in diesem Protestantismus lange drin. Und es geht mir jetzt keineswegs, das ist irgendwie alles so zu bashen. Ich weiß, da gibt es auch gute Leute und engagierte Leute und so weiter. Aber gehen wir mal so in diese Theologie oder auch in diese Philosophie rein. Wie ist es denn bei Luther? Und Luther kann man sagen, lass uns mal in diese Geschichte von dem Turmerlebnis gehen. Das ist so ein großer Mythos, den auch Luther selber erzählt hat. Er hat er selber so ins Leben gerufen. Er hat gesagt, er hat so erzählt, dass er in tiefer Meditation war, in seinem Turm. Manche Leute sagen sogar, die Idee wäre ihm auf den Abtritt gekommen. Also das Scheißhaus, wenn du so willst. Dort in tiefer Meditation, wie auch immer. Das sagt er auch irgendwo an einer Stelle selber. Aber meistens wird es so projiziert, er war halt da einen Turm in seinem Arbeitszimmer und hat halt da tiefer Sungen in theologische Fragen. Und es geht um die Frage, wie kann der sündhafte Mensch, wie kann der das Heil erlangen, also die Befreiung, um dann zu Gott zu kommen. Wie soll das gehen? Und in diesem Turmerlebnis, was er dann so zentral bringt, da meinte er, er hat so eine Art Erleuchtung. Er hat halt verzweifelt drüber nachgedacht, über seine eigenen Sünden und so weiter. Und dann kam dieses Erleuchtungserlebnis. Und da, das ging alles über den einen Satz aus den Römerbriefen, aus der Bibel. Das ist die Dinge, die Paulus geschrieben hat, über den man auch viel reden könnte, machen wir heute nicht. Aber es geht um dieses eine, dieses eine Paulus-Zitat, Römer 1,17, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welch kommt aus Glauben. Glauben in Glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das ist, über diesen Satz, über diesen Vers, hat er sozusagen da meditiert. Und dann ist ihm die Erleuchtung gekommen. Und man spricht von den, von den fünf Soli der Reformation. Es ist wie ein Stern, der fünf Zacken hatte. Und das sind die, 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 die fünf Grunddogmen der, der, der Reformation. Die nicht nur für Luther gelten, die übrigens auch dann für andere Reformationen gelten. Also auch für, was weiß ich heute, irgendwelche amerikanischen, evangelischen oder evangelikalen Kirchen. Die berufen sich ja nicht mehr auf Luther. Aber die trotzdem berufen sich die auf diese fünf Soli der Reformation. Also das ist wirklich jetzt also ein zentraler Punkt. Und diese fünf Soli heißen, also eigentlich hatte ich sie auf Latein formuliert, Soles Scripta, wäre das die erste. Aber ich mache es auf Deutsch. Allein die Schrift. Das zweite ist, nur die Gnade. Allein aus Gnade. Drittens, allein aus Glaube. Viertens, allein durch Jesus Christus. Und fünftens, allein zur Ehre Gottes. Nur diese fünf Dinge gelten. Das ist das Einzige, was dich zum Heil bringt. Hier ist nicht mehr die Rede von Liebe, von guten Taten, ein rechtschaffendes Leben führen. Ist egal. Es ist egal, wie du lebst. Das ist was Luther, was im Kern von seiner, ja ich will es gar nicht Theologie nennen, ich nenne es eine Ideologie. Für mich ist das eine Ideologie. Das ist kein Gott, Gottesmann und Martin Luther. Das ist keiner, der aus dem Herzen spricht. Das ist eine Ideologie, aus meiner Sicht. Und die Grundidee, die er hatte, so dieses Weltbild, was er hatte, ist, der Mensch ist schlecht. Der Mensch ist schlecht und die ganze Welt ist schlecht. Diese Welt, in der wir leben, alles Anfassbare, alles Materielle, das ist die Welt des Teufels. Das ist eine sündenhafte Welt. Und da kann man nichts dran ändern. Das ist ein ganz altes Weltbild übrigens. Man nennt das ein manichäisches Weltbild. Also es gibt so schwarz und weiß. Und in diesem Weltbild ist alles Weltliche, alles Materielle, ist es böse, ist vom Teufel geschaffen. Ähnlich haben übrigens auch schon die Katare argumentiert. Das ist im Grunde genommen, die Katare waren sozusagen fast schon so eine Vorform von dem, was dann hier kommt. Das ist eben auch das Ding, Luther ist nicht der Erste. Das ist, was immer alle jetzt so feiern, ja, Martin Luther, der hat den Mut gehabt, sich gegen die Kirche zu stellen. Er ist nicht der Erste und er ist nicht der Einzige. Und vor allem hat er sich nie irgendwie gegen die Obigkeit gestellt, im Gegensatz zu Leuten wie Bünzer und so weiter, die ja noch verfolgt wurden. Luther hat nie irgendwie groß was riskiert. Und er ist nicht derjenige, der diese ganze, was mir ihm so zusteht, diese Theologie, Er hat das nicht erfunden. Er ist nicht der Erste, der diese Dinge formulieren. Dieses manichäistische Weltbild ist alt. Und die Idee ist, alles Weltliche ist des Teufels und es gibt die andere Welt, wo das Gute ist, wo Gott das Welt ist. Das ist aber nicht hier, da oben, im Himmel, im Jenseits. Irgendwas ist gar nicht da. Aber diese Welt, sagt er, die ist eben böse. Und das ist jetzt nicht seine Erfindung. Das ist ja dieses manichäische Weltbild, tatsächlich das ganze Judentum und Christentum basiert da drauf. Ursünde. Du wirst, also schon ein kleines Baby wird in deren Augen schon böse geboren. Das kann nicht anders sein, weil alles Böse ist hier auf dieser Welt. Und jetzt hat aber die alte Heilsgeschichte, eben im Katholizismus, da geht es halt letztens darum, wie kann sich der Mensch von dieser Erbsünde befreien. Und eine von den wichtigen Dingen sind halt ein rechtschaffenes Leben führen. Es hängt also davon ab, wie lebst du. Die Inder oder im Fernen Osten würde man das Karma nennen. Das, wie du lebst, deine Taten, die du hier vollführst, die haben was zu tun mit der Belohnung, die dann im Jenseits auf dich wartet. Aber bei Luther ist es anders. Er sagt, das macht gar keinen Sinn. Du musst, du hast keine Chance irgendwie über ein rechtschaffenes Leben, über gute Taten oder gar über Liebe, so wie von der Jesus redet. Du hast keine Chance, so aus dieser Erbsünde rauszukommen, sondern eben nur der Glaube. Nur der Glaube! Nur der Glaube und zwar auch nur der Glaube an Jesus Christus. Es hilft auch nichts, wenn du irgendwas anderes glaubst oder einfach fromm bist und betest und an Maria betest oder an irgendeinen Heiligen betest. Nein, nur Jesus. Deswegen gibt es auch in der evangelischen Kirche keine Marienkulte mehr. Es gibt auch keine heiligen Verehrungen. Es gibt keine Schreine mehr, die irgendeine Bedeutung haben. Weil all diese Dinge sind weltlich. Das spielt keine Rolle. Nur der Glauben und nur auf Jesus Christus. Und auch das, wir haben ja schon mal über Maria gesprochen und so weiter. Das ist eben auch, und das habe ich damals, glaube ich, auch gesagt, bei Maria, da geht es auch viel um so eine Volksfrömmigkeit. Also so eine, das einfache Volk, was einfach fromm ist, was seine Gebete an was richtet und dann kommt was zurück. Und da würde ich nie mich drüber lustig machen. Meine Religionskritik, die geht nicht auf die Frömmigkeit von einfachen Menschen. Das ist, egal wo auf der Welt, dem bin ich immer wieder begegnet und habe da höchsten Respekt davor. Ob das in Europa ist oder in Indien, also diese einfache Volksfrömmigkeit, die Inder nennen es Bhakti, so diese Hingabe, da habe ich Respekt vor. Aber er sagt ja, nur durch Jesus Christus. Alle anderen gehen sowieso zur Hölle. Also du musst schon, es reicht nicht, an irgendjemanden zu glauben, sondern nur an Christus und nur glauben und nur die Schrift, nur das Skriptum, keine Interpretation mehr. Und letzten Endes, allein aus Gnade, der Mensch ist in diesem Weltbild der Gnade von Gott ausgeliefert. Gott entscheidet dann irgendwann beim jüngsten Gericht über dich. Und es ist völlig egal, wie du gelebt hast, es ist völlig egal, was du auf dieser Welt, hast du Gutes kreiert, hast du den Leuten geholfen, warst du ehrlich, hast du ja Freude kreiert oder irgendwie einen Beitrag geleistet für die Gemeinschaft, damit es halt irgendwie besser geht, hast du irgendwie zur Heilung beigetragen, spielt alles keine Rolle. Deswegen gibt es zum Beispiel auch in der evangelischen Kirche keine Beichte. Ja, und ich weiß, wie gesagt, ich verfange mich jetzt nicht in dieses Ding pro-katholisch und so, aber der Gedanke von der Beichte, ich weiß, das wurde natürlich oft ausgenutzt, ich kann mich noch erinnern, ich bin in Bayern aufgewachsen und Kumpels von mir, die dann katholisch waren, die dann da in die Beichte mussten, wie die das gehasst haben, diese Demütigung, die es da zum Teil gab von Pfarrern und so weiter. Und das führt dann auch hin, da können wir lange drüber reden, über so Machtstrukturen, die da entstehen, du musst zu dem zum Beichten und so weiter und bis hin zu Missbrauch und so weiter. Aber die Grundidee beim Beichten ist ja, dass es halt tatsächlich darum geht, halt ein rechtschaffenes Leben zu machen. Ah, hier habe ich was falsch gemacht und dann versuche ich das zu beichten, versuche ich irgendwie mich zu läutern, damit man halt an sich arbeitet, im Grunde genommen. Und das ist ja richtig. Das verstehe ich. Aus Luthers Sicht hat das keinen Sinn. Es geht nur der Glaube, nur das zählt. Im Grunde genommen kannst du dich ansonsten auf dieser Welt hier aufführen, wie du willst. Es ist nur der Glaube, der Glaube an Christus. Christus hat durch seinen Tod am Kreuz sozusagen alle schon erlöst und du brauchst da selber nicht mehr dazu beitragen. Es geht nur darum, dass du glauben sollst und zwar eben an Christus und dass der das für dich macht. Und dann ist alles gut. Aber das, Leute, das ist doch eine Ideologie, die gegen das Leben gerichtet ist. Ich kann da nicht mit. Für mich ist diese Welt hier nicht dieses böse Teufelswerk, sondern für mich ist doch genau das, um was es geht. Und wenn ich überhaupt den Religionen irgendeine Existenzberechtigung zugestehe, dann doch, dass sie vielleicht einfacheren Menschen, die selber noch nicht so weit sind, Verantwortung für sich zu übernehmen, irgendeine Art Anleitung geben, einen Code, einen Code hin zu ethischem Verhalten, zu rechtschaffen Leben. Das ist von was Jesus gesprochen hat. Das ist eben was wir auch in Indien darüber sprechen. Sprichwort Karma. Es ist auch in deinem Interesse, kreier was Gutes, das kommt dann auch wieder zu dir zurück. Dein Handeln hat Einfluss. Aber das ist was Luther den Menschen komplett abspricht. Und das ist eben auch hier in diesem letzten Zitat, was ich hatte, wo es um den freien Willen geht. Der Mensch hat keinen freien Willen. Es ist alles determiniert, vorherbestimmt von Gott. Und im Grunde genommen ist da kein Platz für Ethik. Das heißt jetzt nicht im Umkehrschluss, dass alle evangelischen Christen irgendwie böse sind. Nein, das stimmt natürlich nicht. Natürlich gibt es auch viele Leute, die daraus auch mit dem Glauben und mit Jesus als Vorbild halt auch ein rechtschaffendes Leben führen. Das ist ja völlig klar. Ich bäsche hier nicht jeden. Aber es ist halt grundsätzlich, ist das eine Ideologie, eine Theologie, die den Menschen wegbringt von der Eigenverantwortung. Das ist genau das Gegenteil. Und wie gesagt, bei der Frage des freien Willens, hat der Mensch einen freien Willen und kann dementsprechend auch Verantwortung für sein Leben, für sein Handeln, für sein Leben übernehmen? Oder ist nicht alles irgendwie vorbestimmt? Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das sind zwei Positionen. Das wird schon seit Jahrtausenden diskutiert. Und auch heute haben wir, in modernen Gewand haben wir die Debatte auch wieder. Da gibt es ja einen, die sagen, hey, ist alles vorbestimmt. Genetik. Du kannst gar nichts machen. Das ist genetisch vorbestimmt. Bistens wirklich Details in deinem Leben, was dir schmeckt, welche Klamotten du anziehst. All diese Dinge, sind alles schon genetisch vorbestimmt. Das ist im Grunde genommen nichts anderes. Das ist der Determinismus. Und auch da gibt es natürlich dann die Gegenseite, die sagt, nee, wir kommen eigentlich auf die Welt frei, wie ein weißes Blatt. Und es ist dann erst die Welt, die uns erzieht. Also das Umfeld, die Konditionierung. Was erlebst du als Kind? Welche Vorbilder hast du? Was sagen deine Eltern, Lehrer, Schüler, Pfaffen und so weiter? Und das ist also so ein ganz grundsätzlicher Konflikt. Und ich will jetzt hier nicht sagen, dass da das letzte Wort gesprochen ist oder dass ich gar das irgendwie weiß. Ich weiß, das ist widersprüchlich. Aber ich persönlich, ich tendiere mehr Richtung freier Willen. So ähnlich, wie es auch Erasmus von Rotterdam gemacht hat und viele andere auch, die auch sagen, du kannst nicht alles dem freien Willen geben. Also es gibt offensichtlich schon auch größere Räder, Einflüsse, Vorherbestimmungen. Einfach wie du geschaffen bist, die kannst du nicht ändern. Aber um eine Lebensethik zu kreieren, brauchst du natürlich freien Willen. Ich meine, wir reden ja immer wieder heutzutage davon, wir müssen Verantwortung übernehmen. Aber Verantwortung kannst du überhaupt nur nehmen, wenn es sowas wie einen freien Willen auch irgendwo ein bisschen gibt. Weil sonst kannst du eben keine Verantwortung mehr übernehmen. Wenn alles so ist, wie Luther sagt und seinesgleichen, alles in der Gnade Gottes, dann bist du dem ausgeliefert. Dann brauchst du nicht mehr, dann kannst du keine Verantwortung übernehmen. Dann wäre das eine reine Illusion. Aber das ist eben, wohin es für uns geht. Wir sollten als Menschen Selbstverantwortung übernehmen und daraus eben zu einer Rechenschaft, einer Wahrhaftigkeit im Leben kommen. Aber diese Ideologien, die lenken den Menschen ab. Die lenken den Menschen komplett ab vom hiesigen Leben. Das spielt alles keine Rolle. Es geht nur ums Jenseits, um den Himmel. Und da kommst du nur hin, durch diese fünf Soli. Glaube und Gnade Gottes und mehr brauchst du nicht. Und das ist aber falsch. Hier, im Hier und Jetzt, das ist das Einzige, was zählt. Jenseits oder Himmelreich, ich weiß es nicht. Braucht uns aber gar nichts zu interessieren. Weil wir sind ja jetzt am Leben. Jetzt sind wir im Fleisch und Blut. Jetzt sind wir Menschen. Jetzt haben wir diesen Körper. Und es gilt darum, hier als Mensch ganzheitlich zu werden, eben Verantwortung zu übernehmen, sich überhaupt das Bewusstwerden, und das, was unser Handeln halt macht. Und das ist wirklich urunterschiedliche Opposition. Jetzt, wenn ich das so sage, das sind so alte Positionen eigentlich. Im Grunde genommen ist es alter Wein in neuen Schläuchen, der da gekommen ist mit dieser Reformation. Das ist schon altes, manichäisches Weltbild. Dann kommen wir noch in diese letzte Dimension, die ich jetzt euch hier zu diesem Thema noch aufmachen will. Webster Tarpley, ein Forscher, Wissenschaftler, den ich sehr hoch schätze, der hat sich ja unter anderem viel mit der venezianischen Geschichte beschäftigt. Und ich weiß, manche Leute von euch kennen schon, ich habe auch schon mal darüber gesprochen, über venezianische, dieses Venedig-Thema. Und ich werde das auch mal hier machen. Das haben wir hier in dem Format noch gar nicht gemacht. Ich werde das auch machen. Aber jetzt nur hier in der Kürze zu diesem Thema. Webster Tarpley sagt, dass diese ganze Reformation ausgelöst, forciert und auf jeden Fall unterstützt wurde von den venezianischen Oligarchen. Und wenn ich sage, die ganze Reformation, dann auch das wieder ein Hinweis ist, es ist nicht nur Luther. Wir haben auch andere Reformatoren, also auch in Deutschland. Wir hatten Melanchthon, Thomas Münzer haben wir schon erwähnt. Wir hatten Calvi in der Schweiz. Wir hatten dann dann in spätere Bewegungen, dann hier in England. Wie hießen sie nochmal? Weiß ich nicht mehr genau. Aber wir haben jedenfalls, Reformation ist ein breites Thema, ist ganz groß. Nicht nur Martin Luther. Und Tarpley schreibt, dass die, diese, es war klar, dass sich was ändern muss. Das war der historische Zeitgeist. Wir kommen auf jeden Fall in eine Änderung. Das Mittelalter hört auf, man kommt in die frühe Neuzeit. Und Tarpley schreibt, dass es die Venezianer halt wieder geschafft haben, an dieser Zeitenwende halt manipulativ einzugreifen. In ihren eigenen Interessen. Und über die, im Falle Martin Luther, Luder, Luther, ist die Verbindung, die Websetabli aufzeigt, ist ein Netz, das geht von Martin Luther zu Spallatin. Spallatin ist auch eine interessante Figur. Das ist ja, da habe ich sogar ein Bild von dem hier mitgebracht. Das ist Spallatin. Der Name, der kommt von dem Ort, wo er herkommt. Der kommt aus einem kleinen Ort im Fränkischen, in der Nähe von Nürnberg, nämlich Spalt. Und das ist auch schon so symbolisch, weil wir reden hier von Kirchenspaltung. Spallatin. Und der Spallatin war im Grunde auch ein Gelehrter in seiner Zeit. Und ein Mann, der schon in recht jungen Jahren, warum auch immer, weil er vielleicht, weiß ich gar nicht, wie es gekommen ist, er hat in recht jungen Jahren schon Beziehungen gehabt zu dem wirklich Mächtigen, nämlich zum Kurfürsten von Sachsen. Und das war damals eine mächtige Figur in diesem ganzen Szenario, auch innerhalb von Deutschland, der sächsische Kurfürst. Und er war schon der Erzieher von dem jungen sächsischen Kurfürsten und ist dann wahrscheinlich so halt dann zu einem lebenslangen Berater auch geworden von dem. Und dieser Spallatin wiederum hatte Connections auch zu anderen Humanisten, Philosophen, unter anderem Rufus. Und das ist so die Connection, die Tabli aufzeigt. Luther, Spallatin, Rufus. Und tatsächlich ist es so, die Oligarchen aus Venedig haben diese ganze Reformation unterstützt. Auch mit der Verbreitung, da muss man mal auf die Rolle der Medien eingehen. Es gab ja im Jahrhundert vorher die Erfindung des Buchdrucks und plötzlich konntest du Schriften massenhaft verbreiten. Und die Venezianer, die haben da einen sehr großen Einfluss drauf gehabt, auf Druckereien. Die haben ein Netz über ganz Europa gehabt. Ein Netz in diese philosophischen Salons sozusagen, wo sich die Dinge entwickelt. Dort hatten die ihre Leute sitzen. Aber sie hatten auch dieses Medien, würde man heute sagen. Heute ist es auch so. Die Mächtigen benutzen die Medien. Und sowas damals auch. Und das ist wiederum, was ja Martin Luther so bekannt und so groß gemacht hat, weil er eben auch diesen exklusiven Zugang hatte in dieses Mediennetz. Und deswegen wurden seine Schriften auch so weit verbreitet und haben so viel Verbreitung gefunden. Während von anderen Reformatoren, die es nicht hatten, die also nicht protegiert wurden von den wirklich mächtigen Leuten, die haben das dann nicht gehabt. Und in so einem schlimmsten Fall ist dann eben selber dann am Ende umgelegt worden, wie eben Thomas Münzer beispielsweise. Gleiches gilt übrigens auch für die Luther-Übersetzung der Bibel. Denn das ist ja, wo man sich denkt, das ist wenigstens das bleibt da. Oder ich meine, das muss man eben doch hoch anrechnen, die Übersetzung der Bibel in deutsche Sprache. Und tatsächlich, das rechne ich mir auch hoch an, da hat er tatsächlich eine wichtige Rolle auch gespielt. Auch hier geht es wiederum um Identitätsstiftung. Wer sind eigentlich die Deutschen? Diese deutsche Identität. Die Bibelübersetzung. Erstmals kommt es auf Deutsch, was das auch für einen Impact gehabt hat auf Sprachentwicklung, auf den Loggers. Das rechne ich ihm hoch an. Aber auch da, er war keineswegs der Einzige, der an der Bibel übersetzt hat. Es gab auch andere, die das gemacht haben. Und die vielleicht auch an manchen Stellen die Dinge ein bisschen anders übersetzen. Es ist auch so, wenn du solche alten Texte übersetzt, da steckt auch schon, auch schon die Übersetzung bietet dir schon Möglichkeiten, Schwerpunkte in die eine oder andere Richtung zu setzen. Es gab auch andere, aber Luther war derjenige, der protegiert war, dessen Werke dann weit verbreitet wurden. Aber Gleiches gilt eben auch für den einen oder anderen Reformatoren, Calvi zum Beispiel, die dann auch eine ganz bedeutende Rolle spielen. Und wie gesagt, Webster Tarpi bringt also ein ganz grundsätzliches Thema auf, dass diese Reformation von venezianischer Seite angeschoben wurde. Mit dem Hauptziel, also wieder im Herzen hat es gesagt mehrere Ziele, aber mit dem Hauptziel eben dieses Mitteleuropa zu schwächen. Und das ist auch tatsächlich erreicht worden, weil durch diese Kirchenspaltung kam es ja dann historisch die nächste Entwicklung, die dann folgte, war der Dreißigerer Krieg. Und ich weiß auch da, wir können jetzt nicht alles auf dem Luther seine Schultern stecken. Er war ja nicht der Einzige. Aber das ist natürlich das Ergebnis dann gewesen von dieser Kirchenspaltung, in letzter Konsequenz Dreißigerer Krieg, Glaubenskrieg. Und das war der schlimmste Krieg, den dieses Land je erlebt hat. Also es war nochmal viel krasser, also auch im, was das für das Volk bedeutet hatte. Die Todeszahlen waren viel höher, die Seuchen, die es ausgelöst hat, Hungersnöte, Missernten. Ihr kennt das Zitat von Wallenstein, der Krieg ernährt den Krieg. Das war, ey, das hat Deutschland, Mitteleuropa um 100 Jahre zurückgebrochen. Kann man mit Sicherheit sagen. Und das ist das Ziel gewesen, zumindest aus venezianischer Sicht, das zu schwächen. Und gleichzeitig, gleichzeitig, diese ganzen Wirren, die da entstehen, die Leute sind auf einmal, also die Deutschen landen, sind mit sich selber beschäftigt. Diese ganzen Wirren, die da entstehen, das sagen auch, nicht nur Tables, sondern auch andere Historiker sagen, das haben die Venezianer völlig kreiert, um es dann auch auszunutzen, sich hinter diesen Wirrwarr, alles schaut auf den Wirrwarr und keiner bekommt mit, wie die Venezianer diesen großen Machtwechsel vollziehen, über den ich woanders schon gesprochen habe und ich werde das hier noch intensiver machen. Aber sie haben ja dann ihr Machtzentrum von Venedig verschoben, schrittweise nach Norden, über die Schweiz, nach Norddeutschland, Holland, Amsterdam, bis nach England, London, City of London. Und diese Imperien, die dann auf einmal nach diesem, während hier sich alles um den 30erigen Krieg kümmert, haben die ihr Machtimperium verschoben. Und als dann diese kriegerische Zeit in Mitteleuropa vorbei war, dann kamen auf der anderen Seite, waren die da schon voll im Saft. Das kam dann eben die Zeitalter des Imperialismus, also niederländische Imperialismus, englische und so weiter, diese East India Companies, die alle privat sind. Das ist wo sozusagen die Venezianer dieses Chaos genutzt haben, um unbemerkt ihre Machtpositionen zu wechseln. Und kamen wir dann hier in Europa wieder einigermaßen, also in Kontinentaleuropa wieder einigermaßen eine Ordnung etabliert. Derweil hatten die schon da ihre Weltreiche aufgebaut. Ja, das ist vielleicht so der größere Hintergrund, den wir da sehen. Und da kann ich euch auch nur empfehlen, da könnte man noch tiefer reingehen. Und hier in diese oligarchischen Interessen. Es ist auch hier, ein Bild habe ich noch, das ist hier der schon erwähnte Kurfürst von Sachsen, Friedrich der Weise. Das war sozusagen der Protégé von Martin Luther. Und den wir vorgesehen haben, Spallertin war Zeit seines Lebens dann der Schreiber und engster Berater, wenn du willst, von diesem Mann. Und das sind eben dann schon die Mächtigen. Das sind die eigentlichen Leute, die hinter der Reformation standen. Und die hatten halt da, es gab halt mehrere Interessen, warum diese Reformation, diese neue Ideologie, die dort Luther und andere eben propagieren, die aber eigentlich eben eine ganz alte Ideologie ist, warum die attraktiv war. Denn sie hat zum einen so manchen Fürsten halt eine erstmal Legitimation gegeben, ich muss mich da gar nicht so viel darum kümmern, Gnade und Gnade habe ich kein Problem mit und ich bete auch jeden Tag und wunderbar, muss mich nicht ganz so darum kümmern. Beispielsweise wäre da vielleicht am besten zu nennen Heinrich der Achte, englischer König. Das war der Typ mit den vielen Frauen. Der hatte da ein bisschen Probleme, so seine dynastische Folge zu regeln. Er hatte auch ein bisschen Probleme mit seiner Libido, konnte das nicht so ganz im Griff haben. Und das hat ihm natürlich auch gefallen, weißt du, ey, wir lösen uns von diesen Dingen. Wenn nur noch Glaube zählt und nur noch Christus, dann sind auch solche Dinge wie Sakramente, Sakramente der Ehe oder sowas, das spielt ja keine große Rolle mehr. Und deswegen haben die dann auch kurzerhand, Heinrich der Achte hat dann gesagt, wir lösen uns von Rom, wir machen uns in der eigenen Kirche auf. Konnte man da alles machen in dieser Zeit. Der hatte ja handfeste persönliche Interessen dahinter, natürlich. Und zum Schluss vielleicht einen Gedanken, den ich noch bringe und dann gehen wir ja raus für heute. Wir schauen ja oft, wenn wir so die Mächtigen der Heute anschauen und uns diese Machtstrukturen anschauen, dann sprechen wir oft über Jesuiten, wir sprechen über Vatikan und so weiter. Und zweifellos sind das mächtige Organisationen. Und ich möchte jetzt nicht hier dieses Ich-bin-pro- oder-contra, das versuche ich euch immer wieder klarzumachen. Aber, wenn man jetzt mal so schaut, die letzten 300 Jahre Geschichte mal anschaut, 400 Jahre Geschichte und mal guckt, wer waren denn die großen Imperialisten und wer sind denn dann dementsprechend auch die, die das große Schachspiel spielen auf der Welt, dann sind es doch in erster Linie die protestantischen Länder. Nicht wahr? Dann sehen wir allen voran England, USA, also England und USA, da sehen wir die nordeuropäischen Länder, also auch, wenn wir von Wirtschaftskraft reden, da sehen wir Holland, da sehen wir Deutschland, das ist, wo diese Wirtschaftskraft ist. Und auch da, da besteht ein Zusammenhang. Man spricht sogar von protestantischer Arbeitsethik, die sozusagen die Grundlage war, eine geistige Grundlage, eine ideologische Grundlage für den dann langsam, langsam, aber sicher aufkommenden Kapitalismus auch. protestantische Arbeitsethik. Noch viel krasser als bei Luther fällt es auf, bei Reformatoren wie Kalvi, der Genfer, Kalvi, das sind, Kalvinismus ist, der gehört der Kapitalismus schon zur Religion dazu. Und das ist auch der Grund, warum das dann, warum dann eben diese protestantischen Länder dann auch diese enormen wirtschaftlichen Entwicklungen genommen haben, über Jahrhunderte, bis hin zu hier USA und so weiter. Während eben die traditionell katholischen Länder, das wären dann eben Spanien, Italien und dann dementsprechend auch weltweit ihre Kolonien und so weiter, das ist doch in den letzten Jahrhunderten immer weniger geworden. Also diese, diese Macht ist weniger geworden, aber das sind diese protestantischen Länder, es ist England und Holland, die diese East India Companies und so weiter haben, die dann Imperialismus und so weiter gestartet haben. Also das ist auch nur so ein Gedanke nochmal, der uns auch zeigt, dass diese Reformation keineswegs jetzt nur so ein historisches Thema, sondern dass es bis heute reinspielt. Ja und zum Schluss, jetzt zum Ausgang, habe ich nochmal so einen schönen Merchandise-Artikel. Wie gesagt, wir sind im Lutherjahr, das Ende der Lutherdekade, ein Jahr reicht nicht, zehn Jahre Jahre, weißt du, Lutherdekade und es gibt wirklich, wenn man es so recherchiert, es gibt unglaublich viel so Merchandise-Artikel, also auch das, das passt einfach zusammen und das passt auch tatsächlich zu Luther selbst. Luther selber hätte sowas cool gefunden. Luther selbst hat das auch schon erkannt, die Macht des Bildes. Tatsächlich dieses Bild, was wir hier sehen, wir hatten es auch vorher, das basiert, wenn ich mich recht erinnere, auf einem Porträt von Lukas Krah nach dem Älteren und auch darüber könnten wir interessanterweise sprechen, Lukas Krah nach der Ältere und der Jüngere, das waren so die ersten, die dann Bilder auch als Massenmedien produziert haben. Der hat dann das Bild nicht einmal gemalt, sondern genau dieses Bild hundertmal oder tausendmal wie eine Manufaktur. Es war nicht mehr, der Künstler malt ein Bild und dann kommt ein neues, sondern es war, Kunst hat den Schritt hin gemacht zu Massenmedien. Will ich jetzt gar nicht so sehr bashen oder sowas, ich meine, das war halt auch die Zeit, aber es ist interessant, gerade die Kranachs anzuschauen, die die ersten waren, die Bilder auch als Propaganda gemacht haben. Luther hatte da eine Frau gehabt, die vorher eine Nonne war und wo dann natürlich viele damals gesagt haben, ja Mensch, das sind doch einfach nur Lotter, Lotter sind die doch, das verlottern doch da, Mönche und Nonnen, die auf einmal dann zusammenziehen und Kinder haben und sowas. Und um dem entgegen zu geben, hat Kranach ein wunderschönes Bild von der Frau gemalt. Und das sieht ja echt schön aus und anmütig und das ist dann auch gleich hundertfünfermal verbreitet worden. Also das hat damit auch angefangen, möchte ich nur sagen. Deswegen dieser ganze Geist von, dass man, egal wie, Hauptsache verbreiten, Hauptsache die Leute kommen zum Glauben. Wie du das machst, ist ja wurscht. Das zählt ja nicht. Also ist auch der Kommerz, das Geldverdienen, der Kapitalismus hat ja doch nie Probleme mit der Reformation oder umgekehrt. Und das finde ich halt so witzig. Hier haben wir sozusagen Luther, Viva la Reformation. sozusagen als kleine Anspielung auf den Che Guevara, diese Ikone der Revolution. So wird jetzt halt aus Luther, nur die Farbgebung ein bisschen verändert, wird aus Luther, werden dann auch die Dinge so zusammengeknüpft. Reformation, Revolution und im Grunde genommen ist das ein Held. Und genau als dieser ist er ja in dieser Luther-Dekade mehr oder weniger die ganze Zeit dargestellt worden. Ein so ein Buch, es gibt ja Dutzende von Büchern, aber letztens habe ich in einem Buchgeschäft gesehen, ist mir so ins Auge gesprungen. Das hieß, ich weiß gar nicht von wem es war, das hieß Martin Luther, ein deutscher Rebell. Voila, das sind diese Narrative. Und nur um denen sozusagen ein bisschen was entgegenzuhalten, habe ich heute mal dieses Thema Luther und Reformation gehabt. Und wie gesagt, das Entscheidende ist echt, schaut euch diese Theologie an. Aus meiner Sicht, der Spirit ist in unserem Herzen. Nur dort gilt es zu schauen. Glauben hat für mich überhaupt keinen Wert. Glauben auf irgendein Jenseits bringt uns nichts. Hier und jetzt, und das ist, was alle großen Lehrer schon eben in allen Zeiten gesagt haben, und es schon immer gab, was einfach auch in der Zeit möglich gewesen wäre, hier und jetzt, das ist, was zählt. Und hier haben wir Menschen eine Verantwortung. Wir, die wir hier leben. Wir haben Verantwortung für unser Leben, wir haben Verantwortung für diese Erde, wir haben die bekommen als Erbe von unseren Vorfahren, wir reichen die weiter an die Nächsten. Wir haben eine Verantwortung hier. Und es geht darum, diese Verantwortung zu übernehmen. Und dazu müssen wir Menschen wieder zu uns selber kommen. Und das ist das Entscheidende. Während eben die No-Soul-Brothers oder No-Soul-Fraction, wie sie Webster-Tarpley nennt, die über Jahrtausende hinweg auch immer wieder versuchen, den Menschen ihre Narrative aufzudrücken, die verweisen immer auf irgendeinen Jenseits. Hier, hier ist das Böse. Das ist das Teufelswelt. Hier brauchst du gar nichts tun. Aber wenn du fest genug glaubst, dann kommt danach das Gute zu dir. Aber das ist nur eine reine Ablenkung. Ich weiß, ich will wirklich niemand von Gläubigen von euch da irgendwie den Glauben nehmen. Ich sag's immer wieder nochmal. Frömmigkeit ist absolut okay. Wer von euch aus dem Herzen heraus betet, betet! Betet zu wem auch immer. Du kannst zu Jesus beten, du kannst auch zu Maria beten oder wenn du in Indien geboren bist, dann betest du halt zu Krishna. Es geht um diese Haltung. Aus dem Herzen wirklich sich aufmachen und beten, das ist eine kraftvolle Energie. Das hat was Heilsames. Ich rede nicht, das nehme ich keinem von euch weg. Aber lauft nicht diesen Leuten hinterher. Schaut in eurem eigenen Herz her. Das ist, glaube ich, die entscheidende Message. Und ja, in diesem Sinne, ich denke, das ist ein ganz nettes Schlusswort, in diesem Sinne erwähnten wir das jetzt. Und ich danke euch wie immer für eure Aufmerksamkeit. Auch hier wieder, ich freue mich auf eure Kommentare. Unterstützt uns weiterhin bei NoViso. Wir brauchen eure Unterstützung. Der Content ist für euch umsonst. Und wir müssen aber für gewisse Kosten aufkommen. Deswegen freuen wir uns, wenn wir zurückkommen, wenn ihr ein Premium-Abo macht. Aber wir freuen uns auch überhaupt, wenn einfach, wenn der Resonanz von euch kommt und wenn dieses Thema den einen oder anderen von euch inspiriert, dann macht mich das glücklich. Und ja, damit belassen wir es dabei für heute. Vielen Dank für das Einschalten, für das Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.